Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio, in dem wir endlich auf dem Grad eine Automatisierung sind, die ich auch als eine empfinde, weil es so viel will, wir haben es ja nicht geschafft, wir haben Roboter. Kommt mal rein, Leute, komm, komm, komm. Und die nächsten direkt rauszulassen. Ah, herrlich. Gibt doch nichts schöneres, als mit einem gut bewaffneten Panzer in der Gegend rumzuäumeln und von Roboter dann sich alles aufbauen zu lassen. Ich muss mal sagen, das ist doch der Traumschlechthin von jedem. Genau, bau ich hier und hier auf. Ähm, geschwächtig haben wir gesagt, können wir nichts mehr machen gerade. Nein. Robotergefolge. Das hat aber nichts mit Bauen zu tun, glaube ich. Ja, nicht wirklich. Raketenwerfen wäre noch was. Ah, Bergbaueffizienz. Produktivitätserhöhung. Ja, das machen wir mal. Komm. Können wir nebenbei machen. Da sind wir gerade für die Forscher nicht so viel, nicht ganz so viel übrig, aber das kriegen wir schon noch hin. Das bisschen können wir nebenbei laufen lassen, würde ich mal behaupten. Inventar sagt, er wird weniger, aber was soll's. Und wenn wir schon gerade nichts machen, dann können wir Handgranaten nebenbei noch herstellen. Ähm, nochmal zwei Radare wäre nicht schlecht. Aber ansonsten... Bin ich mit dem Zubi, muss ich mal gerade haben. Passt. Wieder ein bisschen nach vorne fahren. Sortele. Machen wir das hier vorne weg. Ich halte es dir in der Natur. Dankeschön. Alles bitte mitnehmen, alles aufladen. Kommt schon, Leute. Go, 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 go. Verteidigungsdrohnen. Ja, auch lustig. Wir brauchen erstmal Abrisshandgranaten. So, einmal dran vorbeifahren. Tuk, 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 tuk. Noch mehr Steine. Ne, der Witz gab. Wir haben jetzt echt genug. Acht weite Handgranaten. Das ist in Ordnung soweit. Wir können jetzt natürlich Roboter-Potze hinstellen, damit sie sich selbst vervielfältigen. Das können wir später dann machen. Ja, die können wir dann hier ans Eck mit hinstellen immer. Dann dürfte es auch ohne uns gehen. Aber, wem ist es halt noch, sind wir noch nicht soweit. So, genau, lade ich mal auf. Das passt. Wenn ich nicht gerade auflade, dann legt sie mal los. Oh, ist einfach nur herrlich. Nichts mehr nachdenken müssen an der Stelle. Einfach nur ein schönes Design haben und fertig. Das würde dann schön werden, wenn, ich überlege jetzt gerade, alles zu betonieren. Wobei, die Erde selbst nimmt ja auch ziemlich viel auf, wenn ich das richtig sehe. Massivst viel sogar. Ähm, eine Erzeugung. Pro Stunde, pro eine Stunde, pro zehn Minuten, halb fünf Sekunden. Ich meine, die tun trotzdem noch Arbeiten. Auch wenn sie das eigentlich nicht mehr müssten, weil wir haben schon ziemlich viele Ressourcen an der Backe. Ja, aber sie tun halt dafür sorgen, dass die hier immer voll gelaufen. An dem her, das passt schon. Da sage ich jetzt nicht nein dazu. So, immer weiter, immer weiter, immer heiter. Brauchen wir nochmal ein bisschen was da nicht. Brauchen wir Munition eigentlich auch nicht. Strom geht. Ja, komm, eins, zwei. Machen wir drei Stück noch, das passt. Dann können wir uns ein bisschen schneller aufladen, weil diese Dauerbeschäftigung von Robotern geht doch ein bisschen auf die Leistung. Dann gucken wir noch, dass wir einen weiteren Akku herbekommen. Weil das ist, glaube ich, das Problem, dass wir einfach nur vier Batterien brauchen. Das ist in Ordnung. So, ums Eck rumfahren. Go, go, go. Zwei haben wir gebaut. Der dritte ist gleich fertig. Dann können wir das nämlich auch alles wunderbar hier reinstecken. Wunderbar, passt. Drei mehr. Dann sind wir auch für längere Zeit, ähm, sagt es mir, operabel. Momentan sind wir bei null Prozent. Der Preis ist gerade immer nur als Verbrauchen. Go, 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 go. Kommt schon, Leute, kommt schon. Bo, 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 bo. Wir haben noch übrig. Also wir haben noch jede Menge übrig, aber ich glaube, die, die schmeißen wir einfach wieder ins System rein. Das passt dann schon. Das ist zwar schön, wenn wir ziemlich viele hinbauen, aber wir sind gerade massiver Overkill, wenn es darum geht. Richtig massiver Overkill sogar. Wobei, ich überlege gerade, naja, eher weniger. So, passt. Genug davon erst mal. Können wir nachher weitermachen. Es sieht schon beachtlich aus. Muss man einfach sagen, es sieht beachtlich aus. So, Batterien. Die müssten ja irgendwo hier unten zu finden sein. Ja, hier. Genau, vier Stück. Ich habe genau vier Stück gezogen. Okay, was soll ich denn dazu? Was soll ich denn dazu? So, ab geht's nach drüben. Die Anlage muss gebaut werden. Ich brauche wahrscheinlich noch wesentlich mehr Ressourcen, aber ich möchte erst mal gucken, wie weit wir kommen mit dem, was wir da haben. So, gleich mal darüber. Batteriechen mit rein. Zack, passt. Das ist alles am Röteln, der Rest ebenso. Also, liebe Fabrik. Ich wäre dann mal hier. Wir können es krachen lassen an der Stelle. Dann kannst du nur mal kurz hier abstellen. Er tut alles noch aus meinem Inventar gerade rausnehmen. Dich brauchen wir nicht. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Dich, dich, dich. Und dich brauchen wir ebenso noch. Wir brauchen dich noch mit hinzu. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wir haben Roboter, wir brauchen dich und dich. Wir könnten noch ein paar Dichte vertragen eigentlich, wenn ich es richtig sehe. Mhm, definitiv. Und das müsste eigentlich noch wesentlich größer dann werden. Ähm. Ja, ganz ehrlich. So, Hauptsache, das ist schon mal weg. Das passt. Go, go, go. Du auch, du auch, du auch. Bisschen was von Holz kann man noch mitnehmen. Aber das war es dann auch schon. Ah, wenn ich einfach nur schneller werde. Wenn hier einfach nur schneller werde. Habe ich genug von denen, habe ich auch. Yep. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wenn wir diese sieben hier haben. Und das nochmal hochsetzen. Mhm. Ich sehe gerade, wir haben hier noch nichts, so wie es ausschaut. Ähm, halt, so, so. Und das muss andersrum sein, so und so. So wie hier, dich, dich, dich und dich hier. Schau mal, Abdeckung ist nicht gegeben dadurch. Ah, das war dieser kleine Mini-Bereich, wo mir eigentlich nicht gefallen hat, aber egal. Ich halt so, ich halt so. Ähm. Das war so einseitig, so und so. Dann können wir zumindest schon mal das hier starten. Und da können wir auf die andere Seite wiederum jetzt da. Das machen wir. Können wir gleich noch sagen, wenn wir denn genug Materialien hätten für die Aktion, haben wir natürlich nicht. So, so, so und so. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Eins hätte ich noch gerne. Eins möchte ich noch da oben hin machen. Dass es zueinander abgeschlossen ist. Und dann passt es auch soweit mal. Zack, zack. Wunderbar. Und dann sagen wir noch bitte, nicht klein, nicht klein. Die gesamte Apparatur hier. Bitte einmal kopieren. Ähm. Wie viele waren immer freigelassen? Eins, zwei, zwei, zwei Stück. Okay. Das passt. Dann möchte ich nämlich, dass wir hier auf jeden Fall das hier so aufteilen bei dem Ganzen. So, so. Und dann quasi hier unsere Stahlproduktion noch mithaben. Hätten wir nämlich beides. Einmal Stahl, einmal so. Wir, halt. Anders, 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 so machen wir's. Wir gucken dich einmal komplett an, bis hierhin. Bam. Und bam. Bam. Und zack, wunderbar. Und hätten dann Eis. Wir haben Eis und wir haben Stahl. Wunderbar. Ich muss nur noch alles irgendwie an der Mann bekommen. Genauso wie die da hier. Ähm. Eisenplatten hauptsächlich. Eisenplatten. Eisenplatten und grüne Sachen. Für die Grundsachen hier. Eisenplatten, grüne Schaltkreise. Können wir herverfrachten. Das wär nicht ganz verkehrt. Weg mit ein bisschen Natur, ob das passt. Dann sagt man nämlich, du kommst da rüber hin. Kommst hier rüber hin. Ich wollte gerade sagen, nicht mit mir. Und das ist quasi Band Nummer eins. Aber das nutzen wir aus. Sagen nebenbei mal ein Kollege. Ich hab keine, ich hab keine Eisenplatten mehr. Ich hab keine Eisenplatten mehr. Okay. Gut zu wissen. Keine Eisenplatten mehr. Bitte einmal aufladen und weitermachen bei dem Ganzen. Ähm. Da werden zwei Dauberdanker vielleicht auch interessant. Beziehungsweise. Ah. Für das bräuchte ich das hier. Okay. Was benötige ich denn für Hochleistungsrüstung? Ja, bitte. Da sind wir doch dabei, wenn wir dann eine bessere Rüstung herbekommen können. Ja, damit, her, damit. Das gönnen wir uns einfach mal. So, weiter ausbauen. Also, was ich hab ausbauen. Ich will nichts mehr im Inventar haben, wenn ich nach Hause komme. Du bist fertig, du bist fertig, du bist fertig. Das heißt, wir brauchen nur eine Verbindung nach links schaffen. Das mal einfach sagen. Ach, Strom haben wir auch bereits da. Okay, Strom haben wir auch bereits da. Das ist natürlich gut. Sehr gut, so. Hätten wir dich dafür. Dich dafür. Und hätten sogar hier die Möglichkeit, dann zu sagen, zack. Hier kommt der Stahl, wenn man braucht. Dann bin ich mal so frei. Wir brauchen auf jeden Fall von den Greifern immer wieder mal welche. Das ist klar. Hier braucht auch welche. 0,5 Sekunden, 0,5, 0,5. Dann bauen wir uns doch hier schon mal was zurecht. Und sagen, hey, Kollegen. Eins, zwei, drei. Ihr stellt mir überall die grünen erst mal her. So, wunderbar. Wir brauchen drei Materialien. Das heißt, wir werden hier Fiesband Nummer 1, Fiesband Nummer 2 haben für die Aktion. Und dann machen wir auch noch mal Ähm, bam, 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 bam. Rein, rein, rein. Rein, rein, rein. Mit natürlich entsprechend zack, zack. Und einem Lichteleinchen nebenbei. Rein und rein. Du, durch den ganzen rausbringen. Zack, zack, zack. Dann hätte man nämlich dich schon mal. Eis und Stahl. Eis und Stahl. Eis und Stahl grün. Also wenn wir Eisenplatten und die grünen auf dem selben machen, passt es und die Zahnräder einzeln. Das heißt, das ist die Reife, die Zahnräder. Die wir aber auch hier machen können direkt. Mhm, die können wir auf jeden Fall hier machen. Lokale Produktion davon, so. Mhm. Das sollte eigentlich eine ausreichend sein, weil ich glaube, du pumpst immer 0,5 Sekunden eins raus. Wobei halt, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Zack, zack, zack. Wunderbar. Dann rausnehmen, rausnehmen, zack und zack. Und das ist dann Teil von dem, wo wir einzeln haben. Mhm. Das ist in Ordnung. Haben wir dich, dich und dich fertig, dich und dich fertig und ab da können wir dann auch mal sagen, ich brauche definitiv eine Kiste mal, um es zu sagen für zwischendurch. Zack und zack. Vielleicht noch ein bisschen Strom hier oben, das wäre noch interessant, würde ich mal behaupten. Rein und rein. Mit einem Lichtleinchen und gut ist. Okay, die sind wir alle hinbauen. Haben wir irgendwas noch? Hat das immer viel da, immer viel da, immer viel da, immer viel. Dass ich mal gucke, dass ich am obersten schon mal was hier mache. Ne, das ist das zweite Band, wo ich machen muss, jetzt da, okay. Fabrik habe ich auch eine da, zumindest. Aber was soll es, so, herkommen. Bam, bam, bam. Ähm, wir können das aber schon mal hinbauen für den Moment. Ich überlege jetzt gerade. Eins, ja, das ist in Ordnung. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Go, 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 go. Ihr wisst, was ihr hinbauen müsst. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Kann ich nur welche bauen, Das geht nicht. Schade, schade. Es ist zu schön gewesen, um wahr zu sein. Okay, habe ich denn keine Masten mehr? Die habe ich nicht mehr. Okay, zwei Fähne noch. Das wäre noch das andere hier. Stahlträger, Eisenbahn, Kupfer, ja. Das wäre noch das nächste, was wir machen könnten mal, dass wir die auch automatisieren, aber sowas von. So, wir haben gesagt, Nummer zwei müssen wir hier rüberbringen. Okay, das schaffen wir auf jeden Fall. Dann wirst du noch kurz ein bisschen für Platz sorgen, ein bisschen nur. Ein klitzig kleines bisschen. Genau. So, nicht anders muss es ausschauen. Mal hier hin und sörtle. Danke für die Technologie dazu. Ich schätze mal, ich kann es noch nicht machen. Ne, Elektromotoren. Okay. Ja, das war schon fast klar an der Stelle, dass mir noch irgendwas fehlt. So, ein paar hundert haben wir noch übrig, das ist in Ordnung. Bis dahin bitte alles hinbauen. Genauso. Dann hätte ich gerne. das sieht am schönsten aus. Könnte es immer noch zwei weitermachen, aber warum? Brauch man netter. Und da genau das gleiche. Zack, 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 zack. Ich könnte es auch mit die metronen bauen, aber ganz ehrlich, was so ist. Das kriegen wir so noch hin. Ich hätte gerne das hier so rüber, so rüber, so rüber und so rüber. Kommen wir ein kleines Panzerchen. Das können wir machen. Fünf Stück, die hier rausfahren. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Theoretisch müsste es so hinhauen. Wir sagen bitte nein, nein und nein. Zack, 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 so. Dann passt das aber nicht mehr hin. Wenn ich mir das so angucke, dann sagen wir doch mal für den Moment erstmal, zack, nöber, 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 so. Dann hätten wir hier schon mal den Grundstein gelegt. Ah, ich würde gerade sagen, wir sollten das natürlich auch überall hinbauen, dann wäre das natürlich noch recht gut, so. Ich würde sagen, bitte da hinten auch noch hinbauen. Das wäre gar köstliche Natur. Jetzt, da haben sie es auch hier gesehen. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie so was wie ein Mixer noch hinbauen, dass alles wunderschön immer quasi aufgeräumt ist. ich weiß, hier gibt es ein bisschen was zu bauen, aber wir können gerade nichts machen davon. Los, meine getreuen Roboterchen. Haben wir Probleme gerade? Nein, immer noch nicht. Aber es gibt auch nichts Schöneres, als keine Probleme zu haben. Gut, hier geht gerade nichts. Muss es nicht. Das Schöne muss es auch nicht mehr. Wir können es komplett abbauen eigentlich. Wobei, als Notfallsystem wäre es noch interessant. Ja, guck mal, so ist es. Wir haben noch wie viel Kohle? 23 Millionen. Die Kohle muss hier weg. Die muss weg, also passt es schon. Das und mir hier wird auch ein bisschen was gemacht. Sonst noch irgendwas erforschen. Uranabbau, ja. Das wäre interessant. Uranabbau bin ich immer direkt mit dabei. Haben wir ein Uranfeld irgendwo hier? 1,3 Millionen ist nicht viel. Aber 20 Millionen das ist was. Denn wie jeder weiß ist Uran ein äußerst liebenswerter Stoff. Also ich kann mir nichts schöneres vorstellen als eine Uranabbau Firma hier hin zu bauen. Und ich habe schon ein gewisses Monster gerade im Kopf. Wenn es dazu kommt, sagt es mir irgendwas drin? Nein, gar nicht. Wenn es zum Thema Wiederaufbereitung geht. Das wird noch wesentlich coole werden. zum Guck mal. Können wir das so hin bahnen oder gibt es Probleme? Ich würde sagen, Robby ist erstmal vor mir, bitte. Ne, es funktioniert sogar, okay. So entlang. Dann muss mich beidseitig gleich. Okay, bitte. Ich hätte gern auf jeden Fall mal mitnehmen. Zack und zack und zack und einmal zack. Dass wir das überall schon mal dran gebaut haben. Morano Bau, Roboter, Gedönsel, Kapazitäten mit erhöhen. Na, brauchen wir keine Leisen, oder? Lauter Sachen, die man nicht benötigt momentan. 1, 2, 3, 4, wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich hier. Ähm, wie wäre es mit so und so rüber? So rüber. Dann haben wir noch einen fünften hier dran stehen. Und wenn ich das jetzt alles kopieren würde, theoretisch. Dann hätten wir immer noch genug Platz frei. Okay, dann haben wir ein bisschen erreicht. Dann habe ich mein Ziel sowas von erreicht an der Stelle. Passt. Das habe ich nicht da, der Rest auch nicht. Okay. Dann du dich mal kurz abbauen und dich nach da oben durchjagen. Passt. Ähm, ebenso dich hier. Das ist aber sonst nur dich hier. Und, ja, jetzt gehen wir echt langsam die ganzen Fließbände aus. Gerade, dass es funktioniert. Ja, es funktioniert sogar. Ich glaube, ich bin es funktioniert. Okay. Wunderbar. Kurz reparieren. Alles wunderschön. Aber mitten können wir es nicht mehr. Nein, dafür steht der Weib nicht genug. Leider, muss man sagen. Leider. Okay. Wir hätten gerne, wenn wir schon mal da sind. Ähm, egal. So doch. So doch. So doch. So doch. So doch. Baut alles, was ihr hinbauen könnt. Hier ist das Maximum. Das heißt, ab hier beginnt dann quasi das Umstürzen mit einmal so. Einmal hier. Ah, weil ich keine mehr habe. Okay. Macht nichts. Dafür gibt es ja den Baumodus. Da können wir alles noch nachholen. So. Dicht, dicht hier. Halt. So und so. Bin ich denn jetzt komplett? Jetzt, Jetzt sind wir zu Hause. Okay. Hätte man noch mehr, könnte man es inbauen, können wir aber gerade nicht. Heißt, wir müssen uns ein bisschen was noch ruhen, kurz. Alles klar. Dies kriege immer hin. Ach, dann wird alles automatisiert. Es wird einfach alles besser. So einfach, schaut es aus, es wird einfach alles besser. Wie hört es aus? Kohle verbrauchen wir gerade? Dass so alles noch verbraucht werden, bevor wir zu unserem Raketentreibstoff kommen. Okay. Fließbänder. Die waren hier oben. Ihr seht, die Natur ist mir gerade so ein bisschen egal geworden. Wir können es uns aber auch leisten an der Stelle. So offen müssen wir schon mal sein. Wir können es uns leisten. Ähm, du. Da, nein. Äh, wir haben wieder Kohle. Äh, Steine, Entschuldigung, nicht Kohle, Steine. Ihr kommt bitte mit. Und wir sagen, ihr hier wieder zu Alec. Wunderbar. So können wir weiterarbeiten. Alles was wir haben, ist gerade egal. Mh, brauchen wir sonst noch was, wenn wir da sind. Yep. Auf jeden Fall Kupfer. Unmengen an Kupfer. Ich würde sagen, da hängen wir uns jetzt an die, an den Output hier ran. Wunderbar. Das passt. Ja, wobei, noch ein bisschen was holen wir. Man kann nie genug davon haben. Äh, Eisenstangen, Stahlträger, fehlt noch beides gerade. Okay. Wo ist das Problem gerade? Es kommt kein Eisen mehr runter hier. Mhm. Ähm, bitte aufhören, aufhören. Passt. Du hast deinen Zweck erfüllt für mich. So, und Stahlträger noch ein bisschen was. Dann das Stück. Bezaubernd. Und irgendwas hat ich gerade noch hingestellt gehabt. Keine Ahnung, was das war, aber egal. So. Das heißt, theoretisch, bräuchten wir jetzt noch ein bisschen was Grünes, wenn ich das richtig sehe. ja, definitiv was Grünes. Oh meine Güte, ja, da, da ist einiges leer. Okay, warte mal. Ich denke mal, da können wir ein bisschen noch was rausholen aus dem Ganzen. So, letztlich hier. Äh, dich noch, Freunde, nutzen, dich noch nutzen. Dann stellen wir mal dich einfach mal aus zur Gaudi. Und der Rest ist, ja, überlappt sich ein bisschen. Das brauchen wir gerade nicht. Ja, die gesamte Forschungsabteilung, alles ist gerade etwas, etwas langatmig, sagen wir es mal so. Wie viel Solle brauche ich? Ganz unschön. Das ist mega unschön. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir brauchen? Nein. Wir brauchen gerade eigentlich nur Fließbänder und die Masten auf jeden Fall. Der Rest geht klar. Wir haben durch, dich, 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 streit. Wir haben auch ein bisschen was. Yep. Schauen wir uns mal alles hinbauen. Okay, genau. Und umdrehen. Da müssen wir noch welche bauen. Mhm. Eisenplatten fehlen. Ja, das war abzusehen. Uiuiui. Okay. Ja, sorry, sorry, sorry. Das wollte ich nicht. Das war jetzt ein bisschen heftig in der Natur. Wir haben die Male mit. Wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich. Und ah, da sehe ich sie doch schon, nicht Bogenöfen. Auf euch habe ich es noch abgesehen gehabt. 50 Stück, nicht viel, aber besser als gar nichts. Muss man an der Stelle sagen, besser als gar nichts. So. Abhauen, glücklich sein mit der Welt. Dichter, wir haben Dichter, wir haben Dichter, genau. Eisen wird auch gemacht, der Rest ebenso. Ob nach unten müssen wir, stimmt's. Die Bahn war noch gar nicht fertig. Überhaupt noch gar nicht fertig. So, ich bin hier. Zack, halt. Ich würde sagen, noch mehr Kohle reinpumpen. die trägigste Energiequelle überhaupt verwenden. Aber das muss einfach laufen. Weil, ja, ich sehe es gerade, die Zeit ist schon fast wieder abgelaufen. Aber das macht rein gar nichts. Zack, 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 halt. So müssen wir mal parken. Damit sollten es die Roboter eigentlich schaffen. Und das Schöne ist, wir können uns eigentlich, die können wir uns wahrscheinlich leisten, nächstes Mal. Wenn wir einfach eine Fabrik herstellen, Schwefelsäure. Wir müssen eigentlich alles hier haben dafür. Also, von dem her ist das kein Act. Aber jetzt gucken wir erst mal, dass wir unsere Mineraien haben, weil, ohne Mineraien, ohne uns. Na komm, bitte lade euch auf. Und wenn wir dann nämlich auch mal hier quasi, die hier soweit haben, das wäre natürlich das Nichts Beste. So, theoretisch müsste alles passen. Wir können auch nach einem gucken. Wie schaut es da unten aus? Ja, das passt ebenso alles. Hier haben wir eine Verbindung, hier haben wir eine Verbindung, hier haben wir eine Verbindung. Das wird später noch ein bisschen anders daraus schauen. Wir können schon mal, guck hier, damit es ein bisschen schöner ausschaut. So, passt. Der ganze Klamour kommt hier durch, kommt hier durch und hier durch. Das ist auch wunderbar. Ähm, was soll's? Warte ich mal hin. Wobei, das hat gerade Priorität eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, das hat Priorität hier oben. Panzer, du stellst dich jetzt mal dorthin. Sitzpass hat Luft, wunderbar. Haben wir keine mehr? Wir haben keine mehr. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nichts sagen. Ich, gerade an der verkehrten Ecke hingebaut, Jungs. Unschön. So, danke schön dafür. Ein bisschen was brauchen wir noch. So, die mache ich jetzt noch vorhin zu überhin hin. Ähm, hallo? Könntest du erst mal hier welche hin machen. Das wäre echt wunderbar. Dankeschön. Äh, Eisenplatten. Stimmt, warte mal. Eisenballen machen wir und grüne. Ah, schon gesehen. Okay. Eisenplatten. so hin. So hin. Und die grünen kann ich jetzt quasi irgendwo hierher holen noch. Ja. Die müsste ich jetzt hierher holen. Aber ich kann noch für den Moment mal sagen, ein bisschen. Äh, bitte. Großer Stapelgreife vom Lande. Hier, zack, zack. Da bekommst du ein bisschen was hin. So. Damit müsste nämlich verteilt werden. Na ja, aber sowas von. Bitte machen, bitte machen, bitte machen. Müsste eine Handvoll haben davon. Okay, wir hatten eine Handvoll. Nochmal zwei Stück bauen. Ich wollte gerade sagen, bitte. Ich stehe hier vor den Sachen, die funktionieren müssen und ich bekomme nichts davon. Na, danke für das Gespräch. Okay. Wie schaut der Strom aus? Warte mal eine gute Ladung mehr. Wunderbar. So nicht anders muss es sein. So, bitteschön. Jetzt, da baut sie richtig hin. Verteilet sie überall. Ah, herrlich. So gefällt es mir doch. Wenn ein System funktioniert, bin ich einfach nur happy. Wir haben Dichter, wir haben Dichter und Dichter. Wir haben jetzt einfach nur quasi kurz ein bisschen abwarten. Das Ding wird hier immer voller. Danach können wir das hier drunter auch noch ein bisschen besser planen, sagen wir es mal so. Ich hätte aber zuerst gerne, dass ihr, wollte ich gerade sagen, zuerst die Produktion von Eisen und Stahl vor uns hinbaut. Das fände ich jetzt richtig wichtig an der Stelle. Dankeschön. Genauso wie hier. Ja, bitte alles markieren. Weil ich glaube, wir brauchen dafür kein Stahl. Okay. Was soll es? Ah, wir brauchen hier welche. Stahlträger für die Umspannwerke und alles drum und dran. Und wir können auch sagen, die Rohre werden hier gemacht. Ein großer Kalautsch mit allem. Finde ich jetzt nicht die schlechte Stahllösungen. 200, 200 ist viel. Ich würde sagen, 200 ist massiv viel sogar. Machen wir hier so viel. Das passt. Na ja, du, du und du ebenso. Ne, passt soweit. Nächste Folge. kümmern wir uns um die restlichen paar hier. Und um eine Zuführung für die Grünen noch. Denn die müssten wir quasi hier abzweigen. Hier abzweigen irgendwie. Und darüber jagen einmal gerade. Das haut hin. Bis dahin. Macht's gut und wie immer. Tschüssi.